Hallo, ich bin der Andreas. Ich bin bei ORF Telekommunikation seit dem 4. November 2013. Ja, selbstverständlich. Das wäre ich ja nicht hier. Doch, auf jeden Fall, ja. Also das Besondere bei ORF ist unser Team, würde ich sagen. Wir haben einen ganz tollen Teamzusammenhalt. Die Arbeit macht echt toll. Wir können uns alle aufeinander verlassen. Und dementsprechend läuft alles auch sehr reibungslos. Das Besondere an mir, also ich würde sagen, eigentlich sollte das bei jedem Verkäufer so sein, dass er immer das Beste für den Kunden raussucht. Und das versuche ich zu machen. Und ja, dafür stehe ich hier auch, denke ich mir. The Message. Sei nicht ORF, sei ORF. Kleiner Scherz nebenbei. Ja, ich freue mich auf euch. Kommt rein. Wir finden das beste Angebot für alle.